Solche Schwerlastregale liegen mittlerweile voll im Trend. Auch ich habe mir gleich mehrere solche Schwerlastregale gekauft. Warum? Sie erfüllen ihren Zweck, sind ziemlich stabil, einfach aufzubauen und sind relativ günstig. Und damit recht herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video werde ich dir zeigen, wie man solch ein Schwerlastregal ganz einfach aufbauen kann. Vorab zum Schwerlastregal selbst ist erwähnenswert, dass dieser Aufbau nicht klassisch via Schrauben ETC erfolgt, sondern hierbei handelt es sich um ein einfaches Stecksystem. Zum Aufbau selbst benötigst du lediglich einen Gummihammer und eventuell einen Schlitzschraubendreher. Relevante Produktlinks findest du wie gewohnt unterhalb in der Videobeschreibung. Zu Beginn muss natürlich das Schwerlastregal aus der Verpackung geholt werden. Also hier kannst du den Lieferumfang im Überblick mal sehen. Was ist also enthalten? Regalboten, 5 Stück, Eckenschutz 8x, 4 Verbindungsstücke, die Beine 8 Stück, Querstreben lang 10 Stück, Querstreben kurz 10 Stück und die Tragkraftunterstützung, also die Teile, die in die Mitte kommen, 5 Stück. Dann geht es los mit dem Zusammenbau. 4x Eckenschutz, die kommen also hier dran an 4 Beine. Die werden einfach rein gesteckt. Im nächsten Schritt werden jeweils zwei lange und zwei kurze Querstreben miteinander verbunden. Wie gesagt, hier handelt es sich um das Stecksystem. Man wählt sich als allererstes die Höhe aus, wo schlussendlich der erste Regalboden hängen soll. Ich mach das also jetzt in den Winkel 3 und 4. So und dann wird es einfach rein gesteckt und mit dem Gummihammer nochmal richtig festgemacht. So hier lässt sich das glaube ich deutlicher darstellen. Querstrebe kurz, Querstrebe lang, Querstrebe kurz und jetzt kommt hier wieder eine Querstrebe lang rein. 1 und 2 und mit dem Gummihammer nochmal richtig befestigen. In die Mitte kommt eine Tragkraftunterstützung. Die sieht so aus und hier die kann man jeweils ganz einfach biegen. Die werden hier so rein geschoben. Sieht also so hier aus. Und dann wird das kleine Stück dann nochmal nach innen gebogen. Sobald ein Bereich fertig ist, vorsichtshalber nochmal überall kontrollieren, dass die auch alle fest sind, die quer streben. Also kurz und lang. In diesem Fall kannst du jetzt den ersten Regalboden einlegen. Optional kannst du den auch festkleben, indem du einfach hier Silikon jeweils ein bisschen drauf machst und dann hält der Regalboden natürlich dann noch besser. Muss man nicht, ist also optional. Es folgt Regalboden 2. Das heißt, du kannst jetzt hier wieder die Höhe bestimmen. Da ich meine anderen beiden Schwerlastregale schon aufgebaut habe, richtig oder orientiere ich mich natürlich auch an dieser Höhe, da ich die gleiche Höhe der Regalböden haben möchte. Rein damit. Das war jetzt die kurze Querstrebe und hier kommt jetzt wieder die lange Querstrebe rein. Jetzt kommen die Verbindungsstücke zum Einsatz. Sind ja vier Stück. Jedes Bein sozusagen einen dran. Das gleiche Prinzip. Einfach einstecken und die Laschen nach unten drücken. Sobald sie relativ drin sind, einfach den Gummihammer und dann schön versenken. Das gleiche natürlich auch für die restlichen drei Verbindungsstücke. Sollte so eine Lasche mal nicht perfekt in solch Winkel passen, dann wie gesagt, den Schlittschaumdreher nehmen, hier ein bisschen aufbiegen und schon geht das Ganze dann viel, viel besser. Das gilt natürlich auch für die kurzen und langen Querstreben. So, im nächsten Schritt, wenn die Verbindungsstücke drauf sind, die vier Stück, dann die vier Beine drauf. Auch wieder das gleiche Prinzip. Oben dann wieder mit einem Gummihammer draufkloppen und dann sind die super fest. So, Endsport. Die letzten drei Regalböden nur noch. Ich orientiere mich wieder an meinem anderen Schwerlastregal, was schon aufgebaut ist. Also nehme ich wieder hier die Höhe, die und ganz oben die letzte. Das gleiche Spielchen, wie gerade eben auch gezeigt, die Querstreben kurz, lang und in die Mitte jeweils die Tragkraftunterstützung. Regalboden drauf, optional mit Silikon befestigen und dann zum Schluss, wo sind sie? Hier, ganz oben drauf, Eckenschutz, optional auch wieder mit Silikon befestigen und damit steht das Regal auch schon. So, der letzte Regalboden. Wie gesagt, optional kann man das Ganze halt festkleben, wer mag oder nicht. Ich brauche das nicht unbedingt. Und zu guter Letzt, die Ecken noch. Und auch die können natürlich wieder, wer mag, festgeklebt werden. Dann komme ich auch schon zum Ende des Videos. Du hast nun gesehen, wie schnell und einfach solch ein Schwerlastregal mit Stecksystem, also ohne Schrauben, wie einfach es ist, das aufzubauen. Solltest du aber dennoch irgendwelche Fragen haben, dann stell die mir einfach in Form eines Kommentars. Ich werde dir wie immer zeitnah antworten. Das Video hat dir gefallen bzw. weitergeholfen? Super! Dann zeig mir das, indem du Daumen hoch bzw. gefällt mir klickst, Abo nicht vergessen und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ich räume jetzt erstmal das Schwerlastregal ein und wir sehen uns dann im nächsten Video. Machs gut!